So, wie zum Mistgeburt, Alter. Moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geddy's Mod Trouble in Terrorist Town. Diesmal mit dabei sind halt die üblichen Leute und Freddy und Fischi, die beide auch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt sind. Der Server wurde uns netterweise von irgendeinem Kumpel von denen bereitgestellt, oder was weiß ich was das war. Ich bin kein Tüchter, ich bin kein Tüchter, ich hätte dich töten können. Iiih, was tust du? Ich mein, ich bin Detective. Da, Wasser. Wie, du bist Detective? Tatsächlich? Und du bist Nadelkode. Da liegt ne Waffe. Kann aimen? Ja, echt mal, warum geht so was? Wow, Eryl schießt auf mich. Was soll das? Nein, das ist Fischi hier. Alter, Phil hat gerade auf mich eingeschossen. Warum machst du das? Warum schießt du auf mich? Ich wurde auf mich schon mal geschossen. Phil war inno. Okay, dann lass mich jetzt in Ruhe, okay? Leute, Leute, ich hab Phil getretet, aber der hat auf mich eingeschossen. Ja, Eryl hat mich auch gerade eingeschossen. Ich bin fast tot. Ich bin in der Ecke gedrengt gefühlt. Mr. Fred, what? Ahoy. Würde ich eine Health Station bekommen? Ich bin kein Detective. Moment, ich stelle die Health Station auf. Badly One? Lass du Blade One. Wo hast du die? Wo hast du die? Wo bist du? Ich bin im Haus oben. In welchem Haus? In dem Haus. Wo bist du? Wo bist du? Ich weiß noch nicht, wo ich bin. Ich bin in so ner komischen Scheu. Lass ein Sombrero, Mann. Das bin ich. Lass mich in Ruhe. Du hast mich schon fast getötet. Freddy, wo bist du? Ich bin jetzt zwischen den beiden Arealen. Ich komm grad zum Standort 1. Und da oben auf dem Dach steht... Blade. Ich bin drin. Okay, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Bitte, bitte, bitte. Du bist gar kein... Fischi, komm zurück. Du bist gar kein... Ah, Freddy schlägt mich. Hey, du wolltest die Station haben. Hey, hey, warum schlägst du auf mich? Freddy, hör auf. Ich bin fast tot. What the fuck? Ich auch, dank dir. Ich hab nur gerade gesehen, wie du an mir vorbeigelaufen bist. Bin ich nicht. Ich hätte Iryl und dich schon töten können. Ich schlag die ganze Zeit. Gott, wäre es gut, wenn ich grad Traitor wäre. Ich hätte schon zwei Leute töten können. Ja, Dennis. Genau. Damian leckt gerade rum wie so ein Irrer. Lass mich. Lass mich. Oh, Freddy. Freddy. Freddy Crobat. Freddy Crobat. Ich wäre tot mit einem Crobat-Schlag. Bin ich Batman? Nein, du bist Stalker. Ja, ja. Nein, du bist Combat-Arm. Combat-Arm. Komm zurück. Wer ist die Kiste? Nein. Niemand ist die Kiste. Bin ich Jets? Ja, jetzt bist du's. Ja, jetzt bist du's. Jetzt bist du Batman. Darf ich gucken? Es gibt nur einen Traitor übrigens. Ich will gucken. Ich glaube, es ist Blade One als Ziel zu gewonnen. Es ist weder Freddy noch Iryl. Die habe ich schon beide angeschossen. Jetzt steht bei mir Lefischi near dead. Ja, Freddy hat mich gecrobat. Ich bin fast tot. 13 Leben. Ich wette Lefischi ist es, dass er jeden anschießt. Genau. Ich hätte ja noch nicht zwei Leute töten können. Wer kommt der Kiste? Und diese Kiste, ne? Oh, Leute, man kann mit Schiff reden. Die kommt gar nicht. Nein, mit Schiff kann man nicht reden. Man kann mit Doppel-W reden. Nein, reden. Achso. Ne, das geht nicht. Doppel-W reden? Ach, du kannst mit Schiff reden. Du musst dich gerade selbst verraten. Gut zu wissen. Oh fuck. Wo bist du? Scheiße. Wo bist du? Ja, okay. Ja, ich bin tatsächlich Traitor. Okay, okay. Komm mit der Hobenen hinten raus, dann töten dich dich nicht. Wo bist du? Ich weiß noch nicht mal, wo ich bin, ganz ehrlich. Was? Ist das immer noch die Map von vorhin? Ja. Denn ich bin irgendwo in so einem Areal mit so einer Scheune. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich dir hergekommen bin. Wir sind gerade weiter auf dem Weg zu dir. Wir jagen dich an. Okay, aber er hat... Freddy, Freddy, pass auf. Bleib hier, bleib hier. Wir müssen zusammen da reingen. Ich bin fast tot. Warum halt? Thomas, warum machst du gerade gar nicht los? Losrennen und den Toten würden. Ja, weil ich mich sowieso verraten habe. Denn. Weil ich mit Schiff einen Traitor-Chat habe und das wusste ich nicht. Oh. Hat der Schiff einen Traitor-Chat? Ja. Ach, Freddy, warte, warte, warte. Wir sind beide auf 13 HP. Wir haben eh keine Chance kriegen. Ich habe einen Shotgun übrigens nur. Wieso? Der ist beim Turm gewesen gerade. Ich weiß, ich gehe unten rein, okay? Bleib du hier und Snapper. Du bist tot, du Missgeburt. Ja und? Du hast sowieso gesagt, dass du Traitor bist also. Ja, aber du sollst doch nicht reden. Du hast Chucky jetzt gehört. Was bist du für ein Mensch? Ich habe Chucky nicht getötet. Er hat sich selber getötet. Er wollte nicht mehr. Oh, cool. Außerdem hat Damian gelaggt. Wie scheiße. Er hat Truro. Oh. Kann jemand Fotos holen? Was war das? Ich höre nur so. Aaaaah. 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 Last Man Standing. Das wird auch noch. Oh mein Gott, Chucky. Ich hätte Damian so locker headshotten können, aber nein auf einmal tippet er sich nach Afrika, ey. Und ich hätte sich auch locker töten können. Eryl ist tot. Sie war innocent. Blade ist tot. Er war innocent. Freddy war tot. Er ist innocent. Wo ist der Traitor? Was ist der Traitor? Alles klar, weiter geht's. Ah jetzt bin ich auch endlich mal hier auf der Schuhe. Boah, die Galil! Beste Wache im Spiel. Wollte gar nicht, dass es hier ein extra Areal gibt? Das haben wir sogar gemacht. Oh. Eine Sneeber Rivle. Die anderen Leute sind hier jetzt auch zum ersten Mal auf dem KFC-Server, deshalb kennen hier gar nicht. Ja, genau. Wir sind übrigens wieder auf dem KFC-Server. Alle reden durcheinander. total professionell und ihr kennt den KFC-Server ja schon, genau, und die, die jetzt mitspielen, kennen die nicht. Ja, genau, wir sind einfach nur so da, weil Ino... Pishy's Traitor hat gerade geleuchtet. Ich hab gefungelt, ich hab gefungelt. Wartar, kann doch du bist Traitor? Nein. Wir sind zu wenig Leute für zwei Traitor, ernsthaft? Ich hab doch gehört, du hast gesagt, du bist Traitor. Stimmt, wir sind nur sieben. Shit. Der hätte ich schon längst getötet. Der hätte ich schon längst getötet. Nein, da gehe ich nicht rein, was ich trafiere. Oh, wieso? Oh, wieso? Oh, wieso? Oh, wieso? Oh, wieso? Oh, Fischy schießt auf mich, Fischy schießt auf mich. Du hast gesagt, du blinkst. Wo ist es draußen, wo ist es draußen? Hier ist draußen, Leute, ich hab draußen. Wer blinkt, ist Traitor. Oh, 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 ich bin geschossen. Fischy schießt. Ja, weil Fischy doch geschossen hat, oder nicht? Oder Freddy? Fischy schießt. Ich schießt. Einer auf mich, was los hier? Wer hatte mit geschossen? Freddy oder Fischy? Au! Okay, wer von euch ist jetzt Fischy? Ich bin voll krass, wer wie ist. Dich ist tot, der ist tot. Der ist tot, der ist tot. Wirklich? Oh, ich hab einfach auf ihr geschossen. Was ist mit Ariel? Ich hab doch ausgeschafft, juhu. Kommt hier gerade mal rein. Alles klar, da war Eno. Warte mal, wenn's Fischy jetzt nicht war. Und Batman auch nicht. Wenn's Fischy jetzt war und Batman nicht. Dann muss es Fischy sein. Fisch war es auch nicht. Fuck. Nein, geh weg, Dennis, hör auf. Oh fuck, ich hätt's eigentlich wissen müssen. Oh man. Ich will sein Ihnen. Oh man, komm raus, okay? Bitte komm raus. Ich hab nichts allein. Ariel? Ariel? Ich glaube, Dennis will mich töten. Bitte, hilf mir okay. Das macht dich kaputt. Aber Dennis ist der Luke. Wo sind denn das? Ich weiß es nicht, deswegen hab ich Angst. Aber er hat zu klopfen. Lass ich da stehen. Bananen. Ich bin da geschossen. Warum bist du die ganze Zeit so still, du Missgeburt? Wo seid ihr? Oh fuck. Wo seid ihr? Was wolltest du denn von mir? Dann komm her. Die Tür ist da vorne. Aber das Spiel ist unfair. Sag mal, kennst du dieses Spiel nicht? Wer? Du. Doch, aber er war plötzlich weg. Er ist durchs Fenster gegangen. Kann man hier beim Spektaten nicht in First Person wechseln? Doch, er. Spektatet, Mann. Was er? Achso. Du redest auch, Thomas. Ach übrigens, wir sind alle tot. No. Alle tot? Ah, alle tot. Ja, du bist der Letzte. Die Letzte. Ich will jetzt nicht sagen, das Letzte. Das ist meinst. Ja, Thomas. Ich hab mich auch voll angegriffen, als ich tot war. Wo ist dein Tzacki? Ich dachte wirklich, dass du das warst. Da. Ich guck's dir zu, Damien schießt sich so an. Denn es war so... Oh, GG. Ich wusste, sie ist Traitor. Ich wusste es. Moment mal, sie ist Traitor. Wir haben es alle gegenseitig geschossen. Sie hat nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Sie ist hochgekommen und ihr warnt alle schon tot. Ja. Das war so geil. Ich tötte Fisch bei ihm, wenn er gesagt hat, Fisch schießt, dann stimmt er von meinem Da haben wir ihn in den Spinner und mich von hinten haben. Und wir stehen da. Hä? Ich hab ihn nur... Das ist eigentlich mit Ariel. Hey, ich hab's zu mir hier reingeschossen. Ich hab ihn... Ich hab ihn... Ich hab ihn nur einmal angeschossen. Ich muss jetzt mal ganz kurz... Also, Phil, ich muss jetzt ganz kurz zu meiner Verteidigung sagen. Du hast so langsam aufgezählt, so. Wenn er es nicht war und er es nicht war. Ich hab nur erwartet, dass du mich anschießt. Ich musste dich töten. War's aber nicht. Und ich hab nur gesehen, wie halt Dennis oder Phil aus der Tür rausgegangen ist und angefangen hat zu schießen. Dann hab ich auf den auch geschossen. Du hast aber auf Dennis geschossen, nicht auf mich. Hä? Du hast auf Dennis geschossen, nicht auf mich. In aller Ruhe so ein komisches AC4-Gedäunst zünden können und nicht sehr... Was ich... Ähm, nur mal ne Frage. Kennst du das Spiel oder kennst du dich mit Ego-Shootern aus? Nein. Äh, 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 Mexikon und Batman. Ja, äh, Ariel hatte bisher nur eine Runde TCC bei uns mitgespielt und ich glaube, es ist da immer noch relativ ungeschritten. Merkt man. Wo bin ich denn? Du hast doch... Au, nein, komm, 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 komm. Springen wir in Ego-Shootern. Ich bin übrigens in oben. Au, ich werd schon angeschossen. Springen. Wieso springst du nicht? Du hast ein Falschirm, Mann. Äh, warum haben wir keinen Magnetus? Ach doch, haben wir. Ich wollte schon sagen. Nein, ich will ihn nicht. Ich wurde schon angeschossen. Irgendwer schieß auf mich, irgendeiner schießt auf mich, irgendeiner schießt auf mich. Bei mir, bei mir stand da an der Polizeistation. An der Polizeistation. Von diesem neuen Hausbau da. Das kann auch sein. So, weil man kann sprinten. Ja, mit Doppel-W. Oh, Tatsache. Ach, dafür Stamina, alles klar. Ja, hab ich auch gerade gefragt. Komm auch mal einfach rüber, da vorne rennt ein Dennis. Wo seid ihr alle? Ich hab gerade Fenster kaputt geschafft. Ich verstecke mich an einem Baum. Die sind beste, vor allem sind die richtig gut programmiert. Ich hab übrigens nur noch 10 HP. Hinten ist... White Freddy. White. Ja, Batman. Und davon... Day One. Hallo, wie seid ihr? Ich hab... Oh, lol, nur noch ein HP. Ich eben aus dem Hausbaukantel schüsse. Ey, wer wie Fenster kauft, ich hab Fenster angeboten. Ja, der hat Fenster angeboten. Oh, 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 oh. Chucky, Chucky, ich sehe dich. Chucky, ich hab den Visier. Ich hab mich alle im Visier. Eril, Damian, Damian, ich hab ein Fenster kaputt. Ich hab ein Fenster kaputt. Eril? Hast du von da geschossen? Ey, wo ist der Fenster? Ja? Der Fenster ist weg. Ich hab Fenster kaputt. Wieso schießt du? Wieso schießt du? Batman, Alter. Weil sie gesagt hat, sie kam von da. Wollen wir sie töten? Ich hab schon noch 30 HP, okay? Ich werf den Insti runter. Lagerfeuer. Die Spaß ist. Ich verstecke mich. Freddy ist tot! Ich häng fest, ich häng fest. Ich häng fest. Ich häng an dem Ding. Was? Es ist Blade. Es ist... nein, es ist... Bloody Blade. Tu mir nix, Iroh. Ich hab nur noch 1 HP. Ich hab nur 13. Dennis hat dann eben vom Dach den Freddy abgeschossen, glaub ich. Wirklich? Er hat auf mich geschossen. Wer ist Dennis? Er hat auf mich geschossen. Blade One. Freddy, du bist tot. Schnauze halten. Also Batman. Batman war das. Ich hab Angst vor Errol. Folg mir nicht bitte. Du mach ich so ne dicke Waffe aus und lass... Wagen holt ab. Oh! Oh! Nur weil du so ne dicke Womme hast. Ja. Achja, und Duckjump kann ich überhaupt nicht. Nur mal so. Falls man sich fragt, was ich immer so finde. Dennis war nicht der Traitor. Ich hab Dennis getötet. Oh fuck. Ich glaub es ist da an hier. Der ist grad gestorben. Wä! 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 Alter, wie stumm ist das einfach durch den Karten? Oh fuck. Wä! Wä! Ich hatte Treppen. Das ist ein Deiter. Du musst doch ein bisschen sprengen. Dann kommst du da raus. Wä! Freddy, du bist tot. Halt die Schnauze. Ich geb ihr nur nützliche Tipps für das Spiel. Und du bist auch wenig wie mein Fotos. Ja, ich wurde von dem Inno gekillt. Ich nicht. Ab was für ne Anzahl Spieler gibt das eigentlich den Detective? Äh, acht. Dann gibt es auch zwei Tiefs. Okay. Also wir bräuchten jetzt noch einen. Ich kann ja jetzt mal kurz mal gucken, ob einer ins Boot kommt schnell. DIN DIN! Und ich halt auch wieder mein Maul, weil ich so stumm vom Dach gefallen bin. Good job. Gut. Oh fuck. Hättet ihr Probleme mit dem Unbekannten? DIN 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 Du willst euch einfach abgelehnen oder bin? Jep. Wowowowow! Wer schießt hier? Ich hatte hier kein Problem. Wer schießt auf mich? Es war nicht ehrlich die ganze Zeit Damian! Weeeeeeam... Doch er hat mich doch geschossen! Ach, ich würde mich doch einer loslegen! AWP! AWP! W- apoyo! Nur killt mich bitte ein Innocent. Blade, warum hast du mich gekillt? Weil du auf ihn gefossen hast? Ja, ich dachte du bist Tee. Ja, aber ich dachte du wärst es. Ich mein Freddy würdest eiskalt mit ner Arme gekillt. Du bist der einzige, der aufm Haus steht mit ner Sniper in der Hand. Ich war dann wieder mit ner Augen. Und ich drei mal mit ner Digle. Ich hab Errol fast verbrannt und ich bin stolz drauf. Warte mal, sind wir jetzt schon zwei Tees? Nein, oder? Nein. Okay, schade, der kann grad nicht. Freddy, hast du grad jemanden, der mitspielen würde? Das sind wir denn zu, das sind wir. Einen bräuchten wir noch. Ich hab grad den Oberadmin von diesem Server gefragt, ob er Bock hätte auf seinem eigenen Server zu spielen. So mit PWE, dass er nicht kennt. Aber Martin ist ja gerade richtig im Arma-3-Fieber. Ich glaub, man würdest... Meint ihr, man fühlt sich verarscht, wenn man auf seinen eigenen Server eingeladen wird mit Passwort? Ja. Ja. Ich glaub es auch um ehrlich zu sein. Ich bin trai-tor. Oh, oh, oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, oh! bei der Beratung der Anleitung der Anleitung der Anleitung der Schichtschicht bei der Anleitung so laut könnte die Bestellung der Anleitung der Leiterleute der Brüte kurz alle still sei nicht aber ein Gott ich wollte das machen das wollte ich doch egal egal wurde meine Banane kaufen meine Banane haben gute Qualität lege die auf die Straße nur sehr ein bisschen gebraucht so ein bisschen gebraucht und so ein bisschen Grazer 1 2 3 erweiten die Prozent tot sind nein das finde ich nicht nein nein Prozent dr das ist jetzt nicht ein muss einstieg haben das ist jetzt nicht ein da umschießt immer noch irgendwer auf mich das will ich jetzt nicht eifert der auf mich eingeschossen hat nur weil ich wer auch der Bananen machte wer schießt er jetzt auf mich alter und wieder schießt er auf die Bananen ich war nur recht schaffen und dafür getötet das ist nur noch ein HP irgendwer schießt noch warum schießt du auf mich ich habe auch ich habe auch nicht geschossen auf Weasley ich weiß wo ich hier raus muss ich schmeiß jemand da hin lass das ich mach nur Werbung für Bananen lass das Fick dich lol das war's nicht Fischi war's nicht wer ist es dann? ist es vielleicht Black One? Nein bin ich nicht Fischi 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 ähm was hinterm? ich will nix sagen ich will einfach nix sagen also C drücken Fischi nein das ist meine Badewanne Alter Weasley warum killst du alle? ich stumpf einfach meine umgefallen RDM warum RDM? ich habe eine Person das gedötet nein ich meine Weasley oh Gott wieso muss ich bloß die Fresse halten wieso muss ich bloß die Fresse halten weil das die Regel ist also als die Fresse keine Ahnung wir machen das alle Arrel wie kommst du da jetzt weg? ah Weg gefunden sie hat den Weg gefunden oh mein Gott irgendwie klappt das übrigens nicht so ganz mit dem nicht reden es ist einfach zu lustig ja das ist ein bisschen was sollte das? was sollte das? was sollte das? du hast drei Leute getötet und bist hier nur nein nein ich hab dich getötet du wirst übrigens bei zu niedrigen Karma gekickt ja aber erst bei 100 oder so nein bei 300 ja ich hab's ja noch bei 870 auch Arrel sei jetzt keine Bussi ich hab die ganze Zeit Fische angeschaffen du verlierst gleich noch ich hab gerade glaube ich in den Skype Gruppenchat geschrieben nein nein nicht nur unser ok dann wurde ich privat am ok Leiper Battle Arrel war schon wieder? Arrel wusste das Arrel du was? das töten wir alle gegenseitig ernsthaft Alter Paya was sollte das? ich hab einfach Ausschlussverfahren bitte was? warum? ich bin ich um mich mal zu rechtfertigen ich habe nur Werbung für meine Bananen gemacht und du hast mich getötet ich hab dich nicht getötet ich hab dich nie mal angegriffen ich hab dich nie getroffen auf einmal geht drei Leute auf mich los und du tötest einfach auch noch den hinter dir also hinter mir und er ist tot und sagt er ist tot und sagt Aua Aua